Polsterdecken, Krabbeldecken, Kuscheldecken, drei stehende Halter für die, die es möchten, hinter 20 breit. Alles sehr gut gepolstert. Sternenmuster. Zu so einem Set gehören auch drei Kissen. Und wieder Sternthaler Muster mit Pünktchen im Blau, Pünktchen rosa, Pünktchen grau. Kuscheln, was vorlesen, zum Knudeln. Wie könnt ihr eure Zelte noch aufpeppen? Dann haben wir ein Hörner. Was sind die Sternen? Jede Menge Sterne. Sternen. Also wir haben jetzt ganz viel Sterneregen. Verzaubern. Die auch nehmen. Mit solchen Gelanden. Noch haben. Innen drin sind Schlaufen. Spieluhren befestigen. Wenn ihr besondere Atmosphäre mögt. 20er Packung. Dunkelrot. Leichtes Orange. Grau und Schwarz. Zelte. Eins, zehn. Meins, neunzig. Gierfenster. Einfach Ruhe und Pause. Ich bin nicht mehr da. Solche Zelte. Solche Taschen. Grau mit Sternchen. In leichtem Rosa. Jede Set. Polsterdecke. Kissen. Zelt. Und Gelande. Lichtergelande. Schnell aufzubauen. Spieluhren. So ein mittelgroßes. Verschiedene Farben. Holzpiraten sind perfekt in jeder Adventskalender. Schönen Abend euch. Tschüss. Tschüss.